Musik Von der Mose zunächst zum Rhein. Hier die Fahrt mit der Seilbahn von Udesheim über Weingärten hinauf zum Niederwalddingmal. Die Drosselgasse. Schifffahrt auf dem Rhein von Udesheim nach St. Goa. Die Drosselgasse Floreleifelsen. Die Drosselgasse Rückfahrt nach Bingen mit der Eisenbahn. Die Drosselgasse Schloss Bürresheim bei Mayen ist eines der wichtigsten Beispiele des deutschen Burgenbaus. Die Burg im 12. Jahrhundert gegründet wurde in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und von 1659 bis 1661 schlossartig ausgebaut. Die Jugendherberge Traben-Trabach. Unser Feriendomizil. Die Mose. Die Drosselgasse 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 Die Drosselgasse